Wenn ihr noch ein paar konkrete Beispiele zu diskreten und stetigen Zufallsvariablen sucht, dann seid ihr hier genau richtig. Viel Spaß beim Video! Kurze Wiederholung. Eine Zufallsvariable heißt diskret, wenn sie nur endlich viele Werte annehmen kann. Eine Zufallsvariable heißt stetig, wenn sie unendlich viele Werte annehmen kann. Genau genommen sind diese beiden Definitionen nicht zu 100% richtig, aber für die Schule reicht das vollkommen. Wir haben hier ein paar Zufallsvariablen und müssen jetzt überlegen, ob die diskret oder stetig sind. Starten wir mit der Zufallsvariable, die die Anzahl der Köpfe bei einem dreifachen Münzwurf angibt. Die ist? Genau, diskret. Sie kann nämlich die Werte 0, 1, 2 oder 3 annehmen. Und das sind endlich viele Werte. Wie sieht es mit dem Gewicht einer Person aus? Das Gewicht einer Person kann man unendlich genau angeben, also bis auf Millionstel Gramm und mehr. Dadurch kann das Gewicht unendlich viele Werte annehmen und die Zufallsvariable ist... Genau, stetig. Wie sieht es mit der Summe der Augenzahlen von 3 Würfeln, die man wirft, aus? Ganz genau, das ist diskret. Die Summe kann nämlich nur ganze Werte zwischen 3 und 18 annehmen. Und das ist eine endliche Anzahl. Letztes Beispiel. Die Temperatur an einem beliebigen Sommertag. Hm, die Temperatur kann man auch wieder unendlich genau angeben, also bis auf Millionstel Grad genau und noch mehr. Dadurch gibt es also unendlich viele Werte, die die Temperatur annehmen kann, wodurch die Zufallsvariable stetig ist. Wie sieht es aus? Ist euch das Ganze jetzt klarer geworden? Falls ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und schaut mal auf unserer Website vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein!